Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed und ich habe gerade mein Mikrofon voll weggeschmissen, finde ich gut, muss nicht sagen. So, und warte, ich hoffe, dass hat man jetzt nicht gehört. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, tut mir leid, aber ich habe mich gerade hingesetzt und Paf, habe mein Mikrofon weggeschmissen, musste ich jetzt gerade wieder aufrichten. Ja gut, aber wir können jetzt mal unsere nächste Mission starten. Hallo? Alter, ihr, ein Zögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliter-Orden? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Alter, ihr. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule fort vor aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gut. Wahrscheinlich können wir jetzt den nächsten Typen töten. Nachforschung beendet. Jo. Ich habe im letzten Part mitbekommen, dass der anscheinend ziemlich bewacht sein soll. Als ich geschnitten habe. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Muss ich hier nicht runterfallen. Wir werden wahrscheinlich jetzt auf dem Weg dahin eh wieder tausend Sachen finden. Wovon ich mich ablenken lasse. Aber gut. Wenn es so ist, ist es so. Dann tut es mir zwar für euch leid, aber... Na ja, ich gehe wieder hoch. Und jetzt mal einen kräftigen Sprung. Ich tue doch nichts. Mein Gott. Dann stirb halt. Mein Gott. Oh, das war ein riskanter Sprung, Junge. Aber gut gemacht. Gut gemacht. Ja, und ich wusste es. Ah, da ist der erste Turm. Okay, das hat ein bisschen sich verzögert, aber gut. Hier ist der erste Turm. Tut mir leid, Freunde, aber... Tut mir weh. Wie gesagt, ich lasse mich halt gerne ablenken. Vor allem bei... Assassin's Creed. Und hier wird... ...ein Typ verprügelt. Ich habe... ...Kontan gedrückt. So, wer ist der nächste? Du! Aha. Ich habe Kontan gedrückt. Mein Gott, nimm es doch an. So, und du willst auch noch aufs Maul oder was? Oh ja, neue Kollegen. Fünf von zwölf Bürger hier schon gerettet. Nehme ich mal so hin. Ja, ich gehe schon hoch. Geh, ist... Ja. Geh da hoch. Nein, nein. In die andere Richtung. In die Danke. Danke. Ja, das sieht gut aus. Ja. So, dann will ich jetzt einfach mal zum Turm. Der ist nämlich hier. Wie gesagt, ich lasse mich nicht gerne ablenken, aber es tut mir leid, weil es ist mein Entdecker-Wahn. Ja? Es ist in jedem Spiel so. Aber sonst würde ich... Nehmt's positiv. Sonst würde ich einfach in dem Spiel nur durchrennen. Hätte das Spiel in 10 Parts durch. Ja gut, in 10 Parts jetzt nicht, aber... Hätte ich das Spiel halt schnell durch und dann ist das Projekt vorbei. So habt ihr ein bisschen mehr vom Projekt. Äh, ein bisschen mehr von meinem Gelaber. Ja gut, das ist jetzt nicht toll. Ich weiß, aber... Aber gut. So, da hinten wird noch einer verprügelt. Ja gut, wenn da noch einer verprügelt wird, dann... Kannst du dich da nicht festhalten? Oh, das ist aber schwach. Lass den Krog fallen. So, irgendwo... Ach komm, als ob du dich da nicht festhalten könntest. Das wird dich lehren zu stehen. Irgendwo hier. Ihr wagt es vor, mein Gott zu stehen. Alter, Spacken. So, wer ist der erste? Du. So, nächster. Du. Okay, der wollte irgendwie nicht. Jetzt wollte der. Und davon stirbt der, oder was? Ne, der stirbt der. Ach, da ist ja noch einer. Hallo. Ach, kommt. Ist doch gut. Und da sind neue... Hilfen, Truppen. Ah, der eine hat... Kein T-Shirt an. Männlich. So, dann könnten wir... Und ich sehe auch schon den nächsten Turm. Ist das nicht schön? Oh. Ich werde nur aufgehalten in dem Spiel. Kommst du nirgendwo hoch? Ah, die Leute auf der Bank. Ah, die haben es direkt kapiert. Ach Gott, die sind direkt zwei nebeneinander. Leck mich am Arsch. Dabei sind es nur noch 28 Meter. Es tut mir leid. Was tut dieser Töntel? Es wird er aufhören, sich hier in den Namen zu beschreiben. Ihr seid ja nicht der Wünsche. Nein, wir sind nicht der Wünsche. Ich hole mir da einfach... Der hat nichts gesehen. So, okay. Welcher Turm ist das jetzt? Ist das der hier? Nein. Dann ist das der. Jo, es sieht ganz danach aus. So. Hätten wir mal den nächsten Turm. Oder den nächsten Aussichtspunkt. So, da hinten wird wieder einer verprügelt. Ja gut, ich habe jetzt eh schon so viel verplempert. Hallo. Das würde jetzt sowieso keinen Sinn ergeben. Holy shit. Okay. Der dachte sich einfach mal, hey, warum nicht? Was ist denn los mit dir? Hau bloß ab, du besoffenes Stück Scheiße. Meine Fresse. Dieser respektlosen Betrunkenen heutzutage. So, ich habe gedacht, du willst aufs Maul. Bitteschön. Wer will von euch aufs Maul? Du. Der nächste. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will dich zwar retten, aber dafür musst du schon mal eine kassieren. So, der nächste. Bist ja nur noch du. Ah, ist das gut. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Wer kann sowas getan? Ja, und nochmal Entschuldigung, dass ich dir eben eine mitgegeben habe. Ah, jetzt wäre ich so. Priester. Jaja, Priester ist falsch. Bist du blöd? Ja, bin ich. Zufrieden? Ich weiß nicht, wie man die Penner nennt. Hallo. Oho, der hält sich hier für ganz fein. Scheiße, das ist noch einer. Kletter! Kletter, so wie du noch nie geklettert bist. Ohohoho. Das war aber ganz schön knapp, mein Freund. Ohohoho, und erwischt er. Nein, nein. Oh, dann komm runter. Dann kommst du halt her. Hallo, ich konter hier die ganze Zeit. Gott. Komm ich halt wieder hoch zu dir. Ist mir auch egal. Tschüss. 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 Stirbst du jetzt mal. Gott, ich will doch nur den Turm. Das ist ja dran so schlimm. Immer diese respektlosen Wachen. Nee, nee, nee. Ja, kletter, kletter ruhig da drauf. Ja, danke. Und der nächste Aussichtspunkt. Noch irgendwas in der Nähe. Da hinten wird einer verprügelt. Gut, dann kümmern wir uns noch um den. Hier liegt ein Toter. Ich weiß, dass ich dran schuld bin, aber... Ich war es nicht. Hat keiner gesehen. Und hinten ist schon wieder ein Aussichtsbuch. Ich werde bekloppt. Ich komme hier nicht mehr zum Aufhören heute. So, wer von euch? Du. Wer von euch? Du. Du. Ja, so läuft es im Business, mein Freund. So läuft es im Business. Ich muss anonym sein. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Die da, oder was? Hallo. Ich war nicht dran schuld. Gott. Es war Deadpool. Es war Batman. Ah, göttlich. Hilfe. Oh, verdammt. Verreck. Sterb. 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 Ich muss mich um den Typen mit dem Bogen kümmern. Irgendwo ist ein Typ mit einem Bogen. Und hier ist eine Flagge. Der da. Du hast mich die ganze Zeit abgeschossen. Verrecke. Hä? Ah, da steht ja noch einer. Wer denn jetzt? Hilfe. Alter. Ich glaube, das wird im Aussicht zu und wird heute nichts mehr. Nein. Ja, genau. Einfach noch mehr. Warum nicht? Ihr habt Schiss. Hi. Dankeschön. Endlich. Nee, ich verpiss mich. Ich wollte auch noch den Aussichtsturm. Das ist nämlich der hier. Sind wir schon mal in der Nähe. So. Oh Gott. Wie viel Aussichtsturm sind es denn noch? Ich will nicht mehr so viel haben. Hier wird noch einmal einer verprügelt. Ja gut, dann können wir uns halt um den. Ja, ist. Achso, du konntest gar nicht, okay. Gut, ich habe nichts gesagt. So, hier wird noch ein Typ verprügelt. Dann retten wir den noch. Bitte, hier kommt keine neue Aussichtsturm. Das wäre jetzt. Das wäre jetzt echt bitte. Nein, danke. Dann wird das hier das Letzte für den Dienpass. So. Ihr habt also auch noch Bock. Meinen Gott, sterbe. 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 Stierf. Stierf. Du auch, du Penner. Hi. Heute ist Vorträger auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. So, neun von zwölf Bürger gerade. Es sind nur noch drei Bürger. Ich war's nicht. Ich stelle mich einfach zu meinen Kollegen. Hi. Na, wie geht's euch? Ich werde alles tun, was ich kann. Was will diese Wache da? Herstell. Ja. Ah, meine Kollegen machen das. Jawohl. Auf so einen Kampf mit meinen Kollegen habe ich immer wieder Bock. Komm her. Dankeschön, Kollegen. Vielen Dank. Habt ihr gut gemacht. So, dann werde ich mich jetzt hier irgendwo mal verstecken. Da ist doch eine Aussicht. Nein. Da ist er. Oh mein Gott. Fickt euch. Nein. So. So, meine lieben Freunde. Ich werde den Party beenden. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Wir haben ja jetzt keine Mission gemacht. Haben nochmal ein paar Aussichtszüge gemacht. Haben nochmal ein paar Leute gerettet. Und, 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 und. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja den nächsten Mal wieder einschalten. Dann werden wir auch die Mission, denke ich mal, machen. Ja, und ich sage bis dahin. Tschüss.